Okay, weiter geht's Leute, in der neuen Folge von Super Mario Advance 4 Okay, ich hab mich irgendwie da durchgequetscht, oder durchgebackt So eine neue Folge, weil ich die letzte Folge kurz, seit ich früher betten musste Ihr wollt mich doch alle verarschen Gib doch zu, ihr elendet und Sposti-Entwickler Boah Alle wollen mich verarschen, Mann Ja, die letzte Folge musste ich ein bisschen früher wenden, weil ich da Probleme hatte Aber diesmal geht's weiter mit einem Hammerbruder Mario Und in diesem Part versuche ich die achte Welt und die vorletzte Welt endlich zu Ende bekommen Aber ich denke, ach, wieso hab ich das nicht ausgerüstet Aber ich denke sowieso nicht, dass ich jetzt, ich weiß sowieso, dass ich die ganze Zeit hier rumkacken werde Wieso kann man diese verdammten Bastardos nicht mit solchen Hämmern töten? Ich hab noch eins Achso, ja, okay, okay, die Bemerkung lasse ich mir Weil ich mich gewundert habe, wo die anderen Hammerbrüder sind Wo ich gerade ja von denen gerade rede So So Fick dich ins Knie Was ich das gewusst hätte Boah Okay, komm So What the fuck Okay, irgendwie bin ich durchgekommen So So Und so Komm her, du scheiß Bubu Geschafft Und was kommt jetzt Ach, nicht diese Kacke Nicht verdammt nochmal diese Kacke Ich schaff irgendwie nicht diesen verdammten Rutschsprung Muss richtig viel Anschwung nehmen dafür Okay Ich nehme mal richtig viel Anschwung Oder muss ich klein sein Okay Okay, jetzt nehme ich diesen verdammten Sprung mal ernst Okay, geschafft Oh, scheiße Ich wartet, wartet, wartet Wir sehen uns gleich wieder Okay, weiter geht's Verdammt Komm her Komm her So So, dreimal geschafft Und so Ich habe noch kurz gespeichert, weil Weil ich nicht sicher war, ob ich diesen Kampf nochmal schaffe Aber ich habe es geschafft Zu Glück Okay Ähm Speichern, ja Das will ich unbedingt speichern, aber Scheiße, wieso haben sie nur so eine behinderte Pflanze im Weg gelegt Was zur Hölle Verdammt, ich brauche dieses komische Ding Äh, warte mal Ähm So, hier raus Ich brauche eine von diesen komischen Fliegendingern Oder einen Hammerbruder Oder irgendwas anderes, was mich wieder größer macht So Und auf der anderen Seite Gleich kommt sowieso die letzte Welt Danke Und Mir bringt kein Frosch was Ach, egal Egal, komm weiter Ähm Okay So Okay Jetzt auf die andere Seite Und wieso Warte Warte mal Ich kann doch diesen Stern benutzen Den ich habe, oder? Frosch Mario Los geht's, Leute Los geht's, Leute Und ein Pilz Yeah Just what I needed Yeah Yeah Jetzt kommt die Ende Von Welt 7 Ein Yoshi? Oh, wie furchtbar Der König wurde verzaubert Bitte finde den Zauberstoff Und den Dönerbruder von Sultan Ahmed Um ihn zurück zu verwandeln Ist das eine Yoshi? Yoshi ist wieder da Yoshi Warte, habe ich auch gemerkt Hier spielt man gar nicht mit Yoshi Yoshi Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Eigentlich muss man bestimmt diese komischen Röhre benutzen, aber ich benutze die nicht. Ich mache einfach den Sheeter-Weg. Den, 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 den. Oh, nicht ihr wieder. Ihr elenden Spackos. So, weg mit dir. Fortschritte. Folge deinem Bruder. Und hier. Das ist doch ein bisschen dämlich gemacht, weil Mario kann ja so weit springen. Deswegen braucht er eigentlich das auch nicht so zu benutzen. Vielleicht hier, oder? Okay, hier ist eine kleine Ausnahme. Wann kommt der verdammte Rohr? Okay, geschafft, oder? Hallo. Und so. Es ist geschafft. Das Rohr sollte verdammt noch mal da sein. Ja, es ist da. Und ein kleines Rohr. Okay. So. Und geschafft. Dünner Bruder Sultan Achmed. Okay, Level geschafft. Boah, jetzt kommt die achte Welt. Warte mal. Das ist der 13. Part. Scheiße, ich glaube, brauche mehr als 13 Parts. Egal. Bist schlechter als Final Messenger. Das gebe ich zu. Nicht, dass er jetzt irgendwie voller Wikinger. Also Final Messenger ist einer der guten Let's Playern, die ich gerne anschaue und sehr, sehr genieße. Ja, den Text habe ich nicht gelesen, weil es immer das gleiche ist. Und was sagt die Prinzessin? Ja, gib mir einen Brief. Jawohl, ich habe die Prinzessin geraubt, während du blöd rumgelaufen bist. Sie ist in meiner Festung. Hast du den Mumm, sie zu retten? Oha, oh, 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 oh. König, König der Koppers. Welt 7, complete. Complete. Ja, speichern ist klar. Gut so. Ähm. Panzer? Panzer? Was? Panzer? Hallo? Wo sind wir denn? Sein wir im Zweiten Weltkrieg oder was? Ähm. Jetzt kommen kleine Bombs raus. Okay. Und da kommen auch kleine Bombs raus. Ähm. Da fällt ja irgendwie dazu nichts ein, außer Zweiter Weltkrieg. Okay, weiter geht's. Kleine Störungen gehabt. Aber ihr seid ja auch nichts anderes gewohnt bei mir. So. So. Pilz. Getötet. Und ziehen wir uns das mal an. Okay. Ich hab den Zweiten Weltkrieg. Was zur Hölle? Übertreibt doch gleich. Komm, eine Riesenkanonkugel an. Was ist los? Ähm. Ja, ich geh mal rein. Das schafft. Nur nicht, dass mich jetzt ein blöder Bummerang trifft. Ein Stern. Okay. Hier. Ich hab den Zweiten Weltkrieg überlebt. Yeah. Ja, speichern. Und wo führt mich dieses Schiff hin? Warte, muss ich auf das Schiff? Das weiß ich. So ein U-Boot. Oder ein Schiff. Oder irgendwas anderes. Vielleicht etwas von beiden. Wieso zieh ich eigentlich da hin? Okay, komm. Es gibt zwei Röhre. Okay. Den, 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 den. So. Jetzt muss ich sowieso in meine Richtung gehen. Weg mit dir. Und mein Ohrschmerz schon wieder. Vom Headset. Riesen Kanonenkugeln. Ist klar. Ach so. Ich dachte, das ist irgendwie Kackwasser. Deswegen darf man da nicht drin. Ist die Kanonenkugel ein bisschen nach unten gegangen? Mir fehlen irgendwie die Worte. Aber erst mal dieses Rohr hier auch abschecken. Und sehen uns mal an, wo wir landen. Ist sowieso die letzte Welt. Welt 8. Okay, da ist die Prinzessin. Ähm, ja. Jetzt warten noch sehr viele Kriegsschiffe auf mich. Okay, das haben wir jetzt gesehen, aber die Prinzessin hat so laut gestöhnt. Das ging nicht. Ach, mein Kopf. Ach, mein Nacken. Und stirb. Komm, diesen Bowser will ich noch in diesem Part fertig machen. Diesen Bowser will ich so... So. So, dankeschön. Er muss so richtig... Er muss sich bestimmt sagen... Eeeh, Kackwasser. So. Seht ihr? Die Kanonenkugel kommen ein bisschen nach unten. So weit bin ich... War ich auch. Weg mit dir. Weg mit dir. Knochenboss. Dankeschön. Achso, okay. Ich muss... Ach, die kommen mit ihrer komischen Kanonenkugel an. Sein Hinterkopf hat mich getötet, Leute. Sein Hinterkopf. Ach, dämliche Scheiße nochmal. Ich muss doch ein bisschen sowieso hier rumkämpfen, bis ich zu Bowser komme. Pilz. Okay, jetzt komm. Komm her. Ich töte euch. Ich zeig euch die Verdammnis. Okay, ich höre auf mit der große Stimme. Dün, 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 dün. Du Kackbotzen. Du Kackbotzen. Und weg mit dir. Yeah. Weg mit dir. Weg mit dir. Sein Hinterkopf hat mich wieder getroffen. Jetzt hat sein X-Chromosom mich getroffen. Fick dich ins Knie. Elf Minuten und ich bin immer noch hier. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick, 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 fick dich. Wenn das weiter so geht, dann schneide ich das. So. 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 Fick dich ins Knie. Scheiß Wichser wollte mir unter den Rock gucken. Ja, unter der Hose. So. Dankeschön. Yeah. Komm kann eine Kugel. So. Dankeschön. Jetzt kommt wieder so ein kleiner Bosti aus dem Boden. Der mich mit seinen Nacken töten will. Manchmal denke ich echt, die Entwickler haben sich dabei nichts gedacht. Jetzt hat mich sein Gesicht getroffen. Ach du Scheiße. Mario, also auch finde ich in der Kloaktenwasser hier. What the fuck. Puh. Das war ein Austick. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay, weiter geht's mit Part 13. Und. Okay. Ja, wir. Schießt die Kanonen irgendwie schneller. Oder kommt es mir nur so vor. Okay. Was willst du eigentlich? So, weg mit dir. Kugel halten. Den, 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 den. Ich hab schon längst über 15, aber ich mach' ein bisschen weiter. Und. Ja, speichern ist klar. Jetzt geht die nächste. Okay. Jetzt kommt bestimmt das andere komische Schiff. Oder Boot, was das darstellen soll. Hä? Das ist eine Hand, die mich gerade runtergezogen hat. Hä? Oh, la, mamma mia. Hä? Okay. So, so. Also das ist random, oder was? Oh, la, mamma mia. Ich versteh's nicht. Egal. Okay, jetzt mal hat mich diese Hand erwischt. Ein Feuersprung nach Hammer, Bruder. Okay. Ein Game Over. Okay. Kann ich akzeptieren. Kann ich akzeptieren. Weil ich bald ja sowieso am Ende dieser Welt bin. Ach, fick dich. Jetzt kommt wieder der behinderte Hammer, Bruder. Ich lande noch vor seinen Füßen. Warte, wir mal was sehen. Ach, fick dich doch ins Knie. Also, weg mit dir. Genau, wo ich da hinspringe, machst du den Hammer dahin. Fick dich doch ins Knie, du scheiß homosexuelle Missgeburt. Nichts gegen Schwule, aber ich muss doch, ich muss mal irgendwann, ich muss ja irgendwie meine Wut rauslassen. Ach, komm. Wartet mal. Okay, weiter. Ähm. Nein, das wollte ich nicht. Rein mit dir. Habe ich keine Items oder so? Doch, hier, das hier habe ich. So, komm her. Was zur Hölle? Was war das für eine dicke Missgestalt? Okay, da, zu Glück hatte ich diesen Stern. Muss ich jeden von den schaffen, oder was? Okay, ich mach nur, ich hoffe, ich schaffe den letzten. Warte, der letzte, was war das denn? Ach, scheiße, ich muss klein sein. Okay, geschafft. Okay, geschafft. Ja, geschafft. Puh. Okay. Die mittleren drei können mich mal. Keinen Nerv, die hier zu machen. Mh, mh, keinen Nerv. Äh, was zur Hölle? Oh, ich habe ihn doch gerade erst bekommen. Fick dich doch. Mann, oh Mann. Pfft. Okay. Game over. Kein Problem, kein Problem. Und die mittleren drei mache ich echt nicht, weil... Äh, äh. Nimm nur zu viel Zeit weg. Ich will jetzt, dass sie jetzt komplettieren. Ich will das jetzt... Ich will das jetzt zu Ende machen. Ich will das jetzt zu Ende machen. Meine Seele braucht Frieden von diesem Spiel. Und die kann sie nur erreichen, wenn sie, sag ich, X-Chromosom endlich weg wäre und endlich an Y-Chromosom kommen würde. Ach, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm, 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 komm schon. Oder ich mache es mal Part 14 dann. Den letzten Part, denke ich mal. Ähm. What the fuck? Zum Glück bin ich so klein. Wieso muss ich jetzt gerade auf einmal runterfallen? Okay. Ich spiele das jetzt bis zur Stelle und wir sehen uns das nächste Mal beim letzten Part. Tschüss. Musik. Musik. Musik.